Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Volk-Ga- Factory-Game? Zusammen mit meinem Baby! Lass dich mal um. Mach mal. Hey! Ui! Warte, das wollte ich nicht, das wollte ich dir geben. Warte, wir stehen zu dich aufeinander. So hier, guck. Warum zappelst du so rum? Ja, da hatte ich vorhin so, das hatte ich gestern auch dieses Dings. Irgendwie verarbeiten, wir machen jetzt heute, wo wir aufgehört haben, Freunde, die Missionen weiter. Logistik MK2 machen wir jetzt weiter. Wir brauchen eh nur 200, wir brauchen verstärkt Eis mit Platten Shavey, du machst die Aufgabe jetzt mal bitte. Du bist echt zum Kotzen. Lääh! Faktion, doch durch zu haben. Ja leider. Öö. Was brauchen wir? Verstärkte Eisenplatten. Du holst, äh du brauchst ja schrauben. Eine Eisen. Kann ich mal platten machen oder was? Ja. Mach erstmal die Platten und ich mach die eisigen Stangen. Eisigen Stangen. Wir können eben bei S. S. Und wenn euch gefallen, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und hört auf Twitch vorbei. Lass ich mir auch live. Htt, Repl, Lääh, Doppel, Mond, Doppel. Fick. TV slash b multiplayer quarter�� ich will verstarkeisen lang brauchen wir so viel oder ich kann es doch anders machen oh man ich bin echt dumm bitte kommt tief hinein wir brauchen was zum strom füttern oder bleibst du oder ich wollte ich habe noch biomasse bei der kettensäge 5 eisenstangen schraube aber ist ja nicht das pro oder doch als was mein zahlen gemacht werden muss heute sollte sagen auch was noch gespritzt und damit kennst du dich aus jetzt wird es mir so bei meinsamen worte wurzel behandelt oder zu behandeln naja ich habe keine wurzel mehr im zorn sie hat gesagt ich komme leider nicht herum schade male er wird sie nicht ein s eisgewer essen aber war nur davon 360 was darf der alle frauen her oder aus das wird schrauben produziert auch 160 schrauben wir machen wir mache ich jetzt mal aus trauen wenn du machst dann die verstärkten eisen platz man ist so hässlich aus was heute nur besorgen ich habe auch keinen geschmack ja und weg das teil also es gibt ja äh dann Wong 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 ist er kehrt die bäume so habe ich raum gemacht und jetzt verstärkte isen dann brauchen wir noch mal was hast du nicht genug platten oder stangen hat fehlt mir schrauben wahrscheinlich ich habe schon zu 300 blätter schäbig gefühlt ich kann abgang machen jetzt sagt nein ach scheiße könnten sie jetzt gerade alle wurden ach schrauben finden ja 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 ich habe ja ich habe keine mehr stellen müssen wir 328 und die kannst du mir gerne geben oder titel für das sind mit maschine in die maschine strommaschinen hallo ssk was so ne maustaste ich brauche stangen oder soweit ja kriegst durch die maschine ja die dauert bisschen wir wissen vorher können wir über takten ja und ja dann geht schneller voran die fressen aber dann mehr strom hallo ja ich mir klar hast du schon die strom links hinten geführt hat einfach steuerung und links klick drücken und noch biomasse eine fester hält besser lange oder muss einmal dann ja es wird der sauer akzeptiert warte gucken mal wie ich jetzt dann gleich frisst ob mehr oder wenig zwei pro minute erwartet noch nein das sind sex jetzt hast du wieder akku nehmen nicht mein lieblingslied aber hier steht noch dass er das verbrennen aktuell ah ich weiß muss stangen und links liegt drücken bei mir ging es mit stangen links liegt dazu was sagen wozu auch so los bist last er ging die tabi um also drin konnte sie und schredder und schredder ja die man brauchen wir zum forschen haben wir auch kabel für exten applaus man b b wofür na wegen ficken für die mann mal 15 info 4 brauchst du ein kabel platten kann ich gegeben habe ich was brauche ja so ich brauche stangen ich brauche eisen hat da hast du also für mich achte klein mini dinger sind ja auch wieder hier haben sie nicht alle wieder orange und wer gelbi muss ein neuer platz den wahrscheinlich wie mein gelb haben kann ich machen wo solche abbauen sind doch deine maschinen die abbauen oder so ich dem nur in den herrn mitnehmen er nur alles nehmen du nein doch spritz nein wahrscheinlich haben die können sie auch bestellt bei themo die kinder meine allgemein darum das ist eingeschränkt haben oder was war ja vorher nicht so oder was haben sie letztens auch geändert was darüber beschwert ist doch vorst dachte käse 1.200 das geht natürlich schneller wir müssen uns erstmal übertakten ja und dafür müssen wir es mal diensten das starkte eisenkarte bräuchte geben ja dann legst du mal hierhin und ich brauche noch ja aber ich komme mal her oder exempel habe ich liegen bei mir irgendwo schon über den kopf bei mir ich sehe keine das ist auch noch verstärkt eisenplatte tonne münter die lagen darunter die forschung ist wegen übertakten energie schnecken werden das eine gelbe grüne eine blaue brauche ich nur dann komm her ich kann gerne geben ja lächst aber bitte roma den wachstück das alles ist die schnecke und ja ja klappt man schon was falsch halten ich glaube ich irgendwie am ende ungefähr ich glaube schon so machen wir so zu tun ist also trau brauche ich 100 ach so dörren naja naja trete solche trotzdem dings machen was ist die dings waren wir brauchen verstärkte eisenplatte erst mal wieder ja ich brauche dann waren apropos die verstärkte rest kann ich kann auch keine alten herrschte aktuell verstärkte weißt du doch habe meine platten und das stand muss als wahren herstehenden platten wenn sie zum warm ist oder schwul anders im zimmer was ist das schwul kennengelernt war gut gelogen so mein baby mein baby mein baby oh man was denn hm wenn wir es im chat wieder tode hause klassische spannende zuzusehen wie man die handwerke wir wollen was ordentlich sind alle schraube kann ich perfekt 200 hast ach so nicht das geht recht dann weg bei mir wenn handwerken produzieren schmeckt ich arbeite gerade die to do list da da kannst du schnecken skin auch elektro schnecken die elektro schneck oder macht man muss das herstellen vier verstärkte heißen platten die habe ich reingelassen kann manche da arbeiten das dauert mir zu lange irgendwie du brauchst noch wie braun maschine glaube ich dafür dass du mir zu lange wir beide müssen spanischer stellen also jetzt nicht um die baby wir können auch nehmen bei youtube down or upon the sound Okay. Vielen Dank. schön handwerk baby hatte man denkt gemacht wenn du dann ganz unten wahrscheinlich versteckt wird's gucke oh ihr kock Ja. Ich glaube, es kommt. Ui. Das Dift malt. Dift. Das Dift. Das Dift. Das Dift. Das Dift. mein baby mit herstellen jetzt ganz der eisenblatt frau eisenstand herstellen wir findest du wenn der jahre in das wir im haus wo sie eigentlich hier was aktivieren dass wir und das ist so mutter näher sein auf hat er hier gibt es ein neues foto für mich deswegen deswegen wenn ich nicht näher schickte an ein bisschen anschlagen da auf ja da muss aber der kennt seine allerdings folgen welches doch ein signal mit stärker wird dann auf die richtige richtung mit schwäller wird und dann auch ganz oben das gibt es sieben auch stark nach hause jetzt habe ich nichts mehr aufstehen beton 5 und am ende und so war die praktischen schnecken so ist das so mitnimmst und am ende also beton der post sind zu gebrauchen hatte post ist der wurst und wo es muss kann ich nebenbei hier fahren und das war in deiner richtung muss ich noch einmal aus und langweilig ein baby und hat das auch eigentlich pieten oder eigentlich wenn du näher kommst warum stecke ich jetzt fest ich könnte diese tastatur picken mal kommen da aber es gibt nur na wir brauchen ja verstärkte eisenplatte so jetzt habe ich keine stangen werde ich herstellen könnte also jetzt schrauben noch nicht 2000 ja gut die 2000 ja natürlich das müsste dann ungefähr 50 ergeben post ja ich glaube das sind ein paar mehr verstärkte eisenplatten brauchst du auch stangen äh warte äh 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 ob man dafür was bekommen ja umgeschafft äh 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 oder auch mal sorry zum kotzen wie funktion normal ja ja da habe ich auch nur ein gab ich war da hinten war doch noch was ich bin ich wahrscheinlich in der höhle ach so ach so dass man nur platter was da eingesammelt hat ich halte ich halte mal gleich in die hose ja ja hat auch ein bisschen schiss man sieht diesen die höhen zu gehen ja genau deswegen also wenn ich mich überrascht hätte ich mich überrascht hätte ich mir rumgebrüllt habe ich mir auch schon gemacht damals in den streams richtig sind habe ich nicht immer gehasst die stühlen habe ich mir umgebrüllt und so was was ist das ganz einsam ich glaube ich ganz einsam ich glaube ich ach komm noch mehr erhung ich hab ja wieviel eisenplan brauchen wir verstärkte 50 ja kann ich herstellen ja wir brauchen nur paar stick guck mal weil wir 9 haben oben das stimmt ja also ungefähr 41 ja genau ob er da ich hoffe vielen dank für die mit schnecken sammeln vielen dank mir lieb von dir wir wollen nur mit bis jetzt machen so wie der text aber nicht ne ich weiß ich weiß den text aber auch leider nicht weiter wow lebensanzeige mal leer ja irgendwas zu mir schon mal zeigt das muss ich nicht sprengen kannst du es nicht doch musste mein schatz mein ehemaliges baby nein einfach ein da ist er erst dahin oder noch nicht oder bringt das was hier für die maschine noch nicht reinlegen oder ich schnaufen knapp drücken das sehe ich für den fortschritt das war dann finde ich immer kurz da naja das erste na brauchen wir haben ja und für dieses brauche dann glaube ich unseren ding welterum lief ja phase 1 ab frei zu schalten ich bin nirgenden platz in die min ah und sich träte nein ich weiß was ich jetzt schon gleich abbrechen kann ach wir brauchen dings habe ich schon dieses modul dieses komische was abgestellte ach das heißt ja dann doch mal zu deine to-do liste was denn da bei augen schafften ah jetzt kann man sind zu fliegen oder nur das muss denn zu fing als to-do list dass das hier ja gäbe schnecken auch nicht mehr und vergleich hat strom aus keine gar nicht rechtlich geht nicht links klick ach man sind wir beide aus frau das kann man analysieren mittlerweile das was du gesammelt hast hast du es nicht gesammelt dieses sommerrot sommer loot was auch immer alien technologie kannst glaube ich auch zum übertakten nutzen glaube ich irgendwie nö doch aber 1 0 soweit sind wir ja noch nicht komm in die war komm mal bei den nährstoffen und hat denn da ist immer so wenn ich was bei schalte das war das darf weder stimme komm mal hier du kannst du noch mal übertakten später aber auch du kannst du eine gelbe elektroschnecke suchen hast du auch so ein gerät da brauchst du ein gerät das welches objekt scanner da bringt dir nichts wenn die hier gelben hier suchen wir jetzt hier guckt ja oder auch so da das kann ich auch machen jetzt geht es auch nicht jetzt geht es auch nicht du kannst nur schnecken suchen das sind egal welche du kannst mit auf die helde suchen ne geht ne nur blaue kannst du fahren sicher? jaaa bin doch nicht blöder habe ich nicht behauptet ne ja so was nie habe ich auch gar nicht f*** dich ich f*** wie krieg ich das hier her steckpilz das sind pflanzen ja wie stelle ich sie her gar nicht die muss man sammeln die wachsen im wald zum beispiel oder auf dem boden natürlich im boden die pilze kann ich die sammeln ich f*** nur so ein gerät oder nicht nö 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 wo soll ich denn wissen wo welche schnecken sind na dann folgst du mir einfach komm mit meinem baby also damals war das natürlich auch so du konntest damit auch obwohl das nur blau angezeigt hat auch gelbe scannen gelbe ja gelbe schnecken hier bin ich noch mittlerweile keine ahnung eigentlich nicht warum soll das geändert haben aber es ist doch nicht man kann nur blaue scannen ja aber eigentlich sollten das auch gehen wir sollen auch alle anderen mit einem endbezogen sein oh es wird stärker ich glaube ja das ist glaube ich da drin das kannst du resen wenn ich so schaden oder kann ich einsammeln schon dabei einsammeln also du kriegst richtig viele schaden das sage ich doch kann ich einen widerspiel einstellen machen du kannst es nur weg sprengen höchstens da brauchst du aber Sprengsitze für und soweit sind wir auch noch nicht ich glaube ich da oben irgendwo auf dem stein ja ich sehe sie ich glaube die ist da hinten da hätten sie dich mitnehmen können ne ich kenne sie warte ich komme mal kurz zurück zum hauptmenü wenn wir gucken ob man es schicken kann also ob man es eigentlich der muss oder ob man das erstmal ein also das will ich ja nachgucken weißer auch so mit erweitern ist bis plan sag erstmal mein Endentro schräg okay war immer liebe freunde sehen wir sie wieder der nächste folge schalten wir eine videotonne wie jörg das gern abo like kommentieren nicht vergessen und sehen wir sie wieder bei der nächsten folge Oder Video. Oder Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.